Übertragungsradius begrenzt. Nur Nahbereichsabdeckung. Darksohn-Lieferung verfügbar. Der Bergungshelikopter ist fast da. Healy angekommen. Der Bergungshelikopter ist fast da. Abtrünniger Agent eliminiert. Kontaminierte Ausrüstung entdeckt. Schieß drauf! Weit! Vorbei! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Healy kehrt zur Basis zurück. Entdecke kontaminierte Ausrüstung. Sich näher Feinde erkannt. Rote Verteidiger Drohne entdeckt. Geht! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Entdenke kontaminierte Ausrüstung. Wahrzeichen wird betreten. Wahrzeichen gesichert. Ich denke kontaminierte Ausrüstung. Ja. 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 Kontaminierte Ausrüstung Kontaminierte Ausrüstung Kontaminierte Ausrüstung Feindliche Patrouille entdeckt Kontaminierte Ausrüstung Ich muss mich betreten. sich mehr feinde erkannt sich mehr feinde erkannt rote sturmantrohne Der Helikopter ist fast in der Bergungszone. Ein Agent ist nicht mehr verbunden. Kontamin in der Ausrüstung entdeckt. Schau mal, was du kannst. Entdecke kontaminierte Ausrüstung. Heli vor Ort. Wahrzeichen wohl gesichert.